da sind feier hat gerade irgendwie nicht so geklappt wie es klappen sollte jetzt hier noch mal alles alles neu alles neu ok erstmal herzlich willkommen zum heutigen live stream victor grüß dich zurück schön dass auch direkt dabei ist ja heutige themenwahl ist frei ich fange jetzt gleich erstmal einfach wieder mit einem thema an ja wir haben ja in den letzten tagen die rundrücken reihe gemacht ich werde dazu einfach auch mal ein paar fragen durchgehen währenddessen hallo karin könnt ihr gerne euren senf abgeben auf anstellen natürlich unsicherheiten klären ich stehe euch jetzt hier mindestens eine stunde zur verfügung höchsten zwei und ja erstmal auch vielen dank an die vielen aufrufe der letzten wochen geht hier weiterhin bergauf mit dem kanal finde ich sehr sehr gut und ich habe mir jetzt gedacht wir machen das immer so dass wenn wir ein thema abschließen dass wir halt das nächste thema also wenn wir ein thema abschließen dass es dazu eben ein live stream gibt ja wie es zum beispiel jetzt zum rundrücken eine video weil gab gab es auch zum rücken schon ein live stream und ja heute habe ich einfach gedacht weil ich am wochenende privat unterwegs war machen wir heute mal ein live stream es war ein bisschen einfacher für mich wie gesagt völlig die ungeplan also geplant schon heute morgen habe ich es ausgegeben deswegen tippert gerne fleißig los eure frage wird garantiert jetzt noch beantwortet und ja die vielleicht kann ich schon mal so ein bisschen ausblick geben worum es in den nächsten wochen geht ach ja ihr tut mir gefallen wenn ihr dem video hier ein daumen nach oben gebt können vielleicht gerade schauen wir machen einfach mal kurz den daumen klicken das hilft immer super für die reichweite des videos auch tut er mir mit dem gefallen die nächste das nächste große thema auf dem youtube kanal wird schulter schmerzen schulter impingement werden ich habe ja 2017 euer ist zwei schon wieder 2017 eine große reihe zum thema schulter impingement gemacht ja und beim schulter impingement werden wir einige themen anschneiden die relativ neuartig sind was den deutschsprachigen raum angeht und wir werden auch knallhart mit sachen ins gericht gehen die mittlerweile noch nicht so gut laufen was andere fitness konzepte angeht ja nicht um hier irgendjemand schlecht zu machen es werden auch keine namen genannt sondern um euch eben darüber aufzuklären was ihr eben mit eurem körper an richtet auch wenn ihr vielleicht aktuell noch gar keine probleme habt ja damit sich diese probleme eben in zukunft gar nicht erst entwickeln weil was viele leute nicht verstehen und das können wir gerade auch noch mal im kontext auch andere wollen flug ist am start draußen 20 grad das können wir auch mal im kontext von ein anderen beschwerden mal kurz durchgehen weil ich habe immer so das gefühl dass das leute denken so ja ihre schmerzen fallen halt vom himmel ja also ich mache mal ein beispiel ihr hebt irgendwie einen schweren schweren sack kartoffeln vom boden und dann kriegt ihr einen hexenschuss so päm ja nächsten schluss ist so eine schmerzhafte schmerzhafter muskelspasmus im unteren rücken sehr sehr stark rückenschmerz man kann da nicht laufen man muss sich dann hinsetzen hinlegen und dann kann man nicht weitermachen so und dann denkt man so da habe ich da habe ich mich verhoben ja und klar dieses verheben schlechte technik spielt natürlich auch mit rein spielt sicherlich auch eine rolle aber an diesem punkt ja habt ihr euch hingearbeitet genau wie an dem punkt dass plötzlich eure schulter hier in diesem 60 bis 120 grad painful arg winkel beim schulter impingement wehtut ja genauso wie ihr plötzlich merkt mein nacken tut hier ständig weh und letztens habe ich mich umgeguckt und seitdem habe ich so ein so ein schwindel ja im pfeifen auf den ohren oder eine starke nacken verspannung oder alles zusammen dann ist das eben nicht vom himmel gefallen sondern da habt ihr eben lang lange lange zeit darauf hingearbeitet weil euer körper der macht zwei sachen der akzeptiert natürlich erst mal wenn ihr eine gewisse schonhaltung habt ja der muskeln und sehen und bänder und faszien die sind eigentlich relativ regenerationsfreudig ja das heißt wenn man da zum beispiel normal mit training reingeht hier so muskel trainiert und der hat dann muskelkater ja dann wartet man zwei tage ist der muskel aus regeneriert sogar ein stück besser als vorher und dann kann man weiter trainieren so bei orthopädischen einschränkungen schmerzproblematiken funktioniert dieser prozess eigentlich auch ja das heißt ich hänge hier 20 jahre so am schreibtisch ja und wenn ihr so leute guckt die so und so ein geierhals haben vor allen dingen ältere leute ja manchmal hier so ein buckel die haben gerade frauen die haben immer so nacken ja ich kann mittlerweile daran erkennen wo die leute hypertrophiert sind das heißt wo die dicke muskeln haben welche schonhaltung und bewegungseinschränkung die jeweiligen leute haben achtet mal darauf so und der körper ist eigentlich ständig dabei zu regenerieren zu regenerieren zu regenerieren und dann kommt aber irgendwann dieser point of no return weil irgendwann kann der körper nicht mehr weiter regenerieren irgendwann ist alles an passiven strukturen an an kalzium ablagerung an muskelverhärtung an tonischer muskulatur da und dann überlastet ihr ja mit so einer bewegung oder mit einer gut bewegung irgendwas kann das sein ja überlastet ihr diesen diesen status quo diese konfiguration in eurem körper und der schmerz teilweise direkt auch ziemlich heftig entsteht und ihr könnt dann nicht mehr reverse ingenieren und dann gucken ah ja da habe ich mich verhoben oder so hättet ihr euch an dem tag nicht verhoben oder nach links geguckt dann wäre es eine woche später ein monat später oder ein jahr später genauso bekommen ja und was mein problem an der ganzen sache ist mittlerweile ist eben nicht nur irgendwie unsere alltag schuld an diesen ganzen schmerz problematiken sondern eben auch die allermeisten trainingssysteme denen so nachgegangen wird ja das heißt und da werde ich vor allen dingen im jetzt kommen wir mal zum thema schulter impingement zurück die schulter ja die wird zum beispiel in klassischen kraft oder fitness konzepten als kraft übertragungsgelenk genutzt ja was heißt das wir wollen viele wollen oberkörper muskulatur aufbauen ja und aus dieser aus diesem darf oberkörper muskulatur aufzubauen hat sich irgendwann mal diese ganze gerätetrainings industrie gebildet ja dass man irgendwas zieht irgendwas drückt irgendwas hochzieht irgendwas runter zieht ja und so ein klassisches fitness trainings konzept wurde geboren und wenn man sich dann alle anderen fitnessstudios ansieht wo rea sport oder gesundheitszentrum draufsteht dann sind das diese exakt acht gleichen geräte zehn gleichen geräte zwölf gleichen geräte die sind manche sind mit hydraulisch manche sind mit gewichten manche sind mit arbeiten mit elektrischen widerständen keine ahnung aber die sind alle haben diese gleichen kraft vektoren ja und das problem an unserem schultergelenk ist dieses schultergelenk ja das sieht mit viel muskulatur gut aus aber das ist gar nicht dafür gemacht primär kraft zu erzeugen ja also ständig irgendwas zu drücken ständig irgendwas zu ziehen ja die meisten leute denken halt ja klimzüge damit halte ich mich fit wie gestütze damit halte ich mich fit ja das sind ja keine übungen die vielleicht direkt zu schmerzen führen aber es sind übungen damit dafür ist eure schulter eigentlich gar nicht direkt ausgelegt ja unsere schulter die ist anatomisch evolutionstechnisch anthropologisch kann man das alles nachvollziehen zum werfen gemacht zum schwingen gemacht beim laufen ja und so sind halt auch diese ganzen rotatoren diese windmuskeln hier ja selbst so ein delta muskel ist klein im verhältnis zu einer hüfte oder zu einem bauchmuskel ja ganz zu schweigen von dieser armen kleinen rotatoren manschette die dann auch alle noch schön hart in der außenrotation immer trainieren ja weil man ja gehört hat ja ich muss meine rotatoren manschette für eine gesunde schulter trainieren ja und damit eben noch weiter in ihre überlastung überhaupt rein trainieren dazu wird es übrigens ein extra video geben so und was wir in dieser videoreihe machen ich zeige euch die alternative weil ich will euch natürlich jetzt nicht nur ich will ja jetzt nicht nur über irgendwelche konzepte und trainingskonzepte reden die irgendwie nicht so gut sind sondern ich zeige euch natürlich auch direkt die alternative und die wird es da lauten schwung training wir werden mit der club bell trainieren ja das ist so eine schwung keule kann man sich für kleines geld zulegen ja man kann auch alternativ erstmal eine kurzhantel für den anfang verwenden und damit werden wir dann halt anfangen zu arbeiten das haben sich auch viele leute gewünscht weil ich schon mal vor ein paar oder vor anderthalb jahren war so ein tutorial zur klappe gebracht habe und da waren tatsächlich auch viele leute interessiert ja das ist ein ganz anderes trainings konzept ich war nur lange zeit unschlüssig wie ich das halt euch zeige demonstriere dieses trainingstool und letztens kam mir der einfall warum nicht ja du heißt der medical fitness trainer suchen wir uns mal schmerzproblematik raus wie das schulter impingement und nehmen das beste trainingstool für die schulter her ja um die schulter langfristig gesund beweglich und natürlich auch stark zu halten weil keine angst muskulatur kriegt ihr durch das ding auch nur an der richtigen stelle und ja da bin ich schon mal sehr da bin ich sehr sehr gespannt auf weil das wird wird eine spannende reihe wo wir eben darüber sprechen wie man muskeln isoliert aber dann auch wieder in muskelschlingen integriert ja was hat eure hüfte mit eurer schulter zu tun was eine funktionelle vordere linie was eine funktionelle rückwärtige linie und diese ganzen sachen ja und wie die rotatoren manschette dann in dieser in diesen linien eigentlich nur so drin hängt ja ohne da jetzt wirklich massiv brachial kraft zu erzeugen und also nur kurz dazu noch für die die dies nicht wissen wenn ihr halt so kleine muskeln wie die rotatoren manschette supraspinatus et cetera trainiert dann hypertrophieren diese muskeln die werden tonisch und diese kleinen filigran ansatz sehnen supraspinatus sehne und auch bizeps sehne bizeps ist kein rotator rotator der schulter ja die laufen heiß ja die werden überlastet weil wenn der muskel an der sehne dran ist und da an der sehne zieht dann wird die sehne sozusagen immer wie so ein schwamm die ganze zeit ausgewogen ja bewegung ist für eine sehne gut wenn anspannung auf entspannung folgt entspannung auf anspannung folgt so rum ja wenn die ganze zeit nur noch gezogen wird weil man eben die ganze zeit kraft trainiert dann ist diese sehne trocken ja keine nährstoffe kommen mehr rein und der körper reagiert mit einer entzündung und das tut euch weh ja und die auf diese entzündung habt ihr dann auch monate jahre hin trainiert und ich werde euch auch zeigen wie man das ganze zurückschraubt reverse ingeniert und seine schulter eben wieder fit bekommt so jetzt haben wir die ersten fragen drin wie gesagt falls ihr fragen zur schulter habt schreibt los ja ich fange jetzt an die fragen durchzulesen wir haben immer noch nicht viele fragen drin die werden wir auf jeden fall durchbekommen gibt dem video hier gerade noch einen daumen hoch ja 19 leute haben noch nicht geliked genau so und zwar hallo frank erst mal machen wir hallo hier wolfgang ist auch da der wolfgang hat heute auch noch eine coole empfehlung für alle die dies noch nicht wissen es gibt eine facebook gruppe vielleicht kann man der ein oder andere hier kurz den link in den super städt rein klimpern dann kann ich weiter erzählen da könnt ihr reingehen ja in dieser medical fitness system gruppe dies öffentlich die wird noch umbenannt weil die heißt immer noch wie mein trainingsprogramm dafür gibt es eine vip gruppe ist was anderes aber in dieser gruppe gibt es auch regen austausch auch immer zu den aktuellen videos sind über 700 leute mittlerweile wirklich drin danke dafür auch deswegen wer da noch nicht drin ist und facebook hat der kann da reinschauen da bin ich auch immer sehr aktiv so fokus pokus wie lange braucht man um eine 20 jahre langer fehlstellung weg zu bekommen ja da kannst du nicht mehr nach einer zeitlich nach einem zeitlichen umfang fragen müssen uns da also musste ich fragen kannst auch noch mal kurz jetzt gleich reinschreiben ja perfekt gut gepostet wenn du eine fehlstellung 20 jahre lang hast dann ist auch erst mal zu evaluieren was ist das für eine fehlstellung wie wichtig ist die fehlstellung vor allem für diese fehlstellung primär jetzt gerade zu problemen und zu schmerzen ja weil ich immer sage so leute wenn ihr alles kaputt habt und rückenschmerzen und nackenverspannung und dann habt ihr plattfüße dann lasst die plattfüße erst mal plattfüße sein ja ist wahrscheinlich nicht der primäre driver für eure schmerzen auch wenn euch das jeder sagt und wenn man jetzt sagt okay ich habe jetzt 20 jahre nur rundrücken ja da muss man gucken meistens das so dass dieser rundrücken bei einer sehr niedrigen intensitätsstufe entwickelt wurde ja aka zum beispiel beim sitzen oder meinetwegen auch bei einer handwerklichen tätigkeit weil das schon eine höhere intensitätsstufe darstellt und dann kann man halt mit training ja mit gegentraining ja wie gesagt kannst ja mal deine fehlhaltung reinschreiben dann sage ich dir wurde hingucken muss mit gegentraining mit intensiven gegentraining dagegen vorgehen ja die gute nachricht ist das training zwei bis drei mal die woche angesetzt vielleicht auch mal bei bei gewissen fehlhaltungen jeden tag gemacht da kann man dann schon sehr sehr schnell wieder ich sag mal die die schraube zurück drehen ja wobei bei 20 jahren da auf jeden fall auch monate ja und einige jahre wahrscheinlich ins land gehen wichtig ist aber selbst wenn man schon entwickelte fehlhaltung hat die man jetzt nicht übermorgen wegkriegt ja die assoziierten spannungsmuster ja also noch mal kurz das beispiel rund rücken genommen weil es so einfach ist ja wenn ich ich habe das spannungsmuster vorne und lerne halt im training das spannungsmuster auf meine auf meinen rücken zu übertragen ja auch wenn es mich nur so ein stückchen aufrichtet habe ich ein gutes spannungsmuster im körper und kann damit dann auch schon trainieren ohne mich kaputt zu machen da fragen ja immer sehr viele leute nach perlug ich habe immer angst die übung falsch zu machen oder mich mit den übungen irgendwie noch weiter kaputt zu machen das kann natürlich passieren ist nicht ganz ausgeschlossen aber wenn ihr wirklich immer darauf hört so was ich in den videos sage welche muskeln die ansteuern sollte und die muskeln dann auch spürt und die spannungsmuster stimmen obwohl eure haltung nicht stimmt dann seid ihr meistens gut to go ist sogar wesentlich wesentlich wichtiger dass die spannung in eurem körper stimmt anstatt die haltung ja genau das ist das wichtig also hier an der stelle noch mal kleine anekdote von meinem kunden über 70 jahre alt morbus bechtereff ich muss das unbedingt mal googeln ich erzähle die story dauernd bechtereff ist diese angeborene also so da kriegst du schon als kind so ein buckel ja das könnte auch scheuer mann sein ich weiß nicht mehr so und den typen krieg ich im leben natürlich nicht mehr gerade trainiert habe ich auch nicht geschafft habe ich auch nie behauptet aber den typen habe ich schmerzfrei gekriegt ja weil der hatte auch nacken verspannung rücken verspannung wie sau kannte dann aber seine spannungsmuster ja und natürlich ein bisschen gerade war er dann auch und war schmerzfrei ja weil er die richtigen spannungsanker hatte nicht weil er wieder eine gerade wirbelsäule hat so frank schmidt nehme ich mal an hier auch direkt gepostet fs wie viel kilogramm wäre am anfang bei der klappe gut so als hausnummer was man kauft könnte fünf kilo von und das werde ich in den videos auch noch sagen von nicht von capital sport sondern von bad company bad company weil das sind die dinger die sind ergonomisch am meisten am besten geformt ich habe mehrere hersteller durchprobiert sowohl von new sports die werden gar nicht mehr produziert als auch von capital sports genau die war nämlich scheiße von capital sports weil die ergonomische katastrophe waren oder nicht besonders gut waren ich habe die ja selber auch gekauft ich habe sogar damals sogar in den videos empfohlen ist nicht schlecht aber jetzt habe ich eine fünf kilo von capital sports bin damit sehr zufrieden die könnten noch was an der verarbeitung herstellen aber dafür weil es so ein bisschen billiges plastik ist aber dafür stimmt die nachfrage noch nicht in deutschland weil wir wahrscheinlich gefühlt die einzigen menschen sein werden die damit trainieren weil wir eben wissen was wir da machen und ja wenn wir da vielleicht so eine kleine bewegung anstoßen und genügend klappe jetzt dann gekauft werden ich habe übrigens gar nichts mit den typen zu tun ich habe auch gar keine intention irgendwie vertrieb für klappe aufzumachen aber so nur manche leute verstehen nie wie das funktioniert wenn man halt so mega nischen produkt hat dann gibt es das manchmal nicht in der angestrebten qualität weil bei ihnen interessiert wer wir das produzieren wenn man damit kein geld verdient wenn die nachfrage dann stimmt werden die produkte meistens besser aber von capital sports von von bad company die sind gut fünf kilo bad company so ok lange rede kurzer sinn gibt mal dem video und daumen nach oben wir haben immer schon immer noch nicht 16 leute haben wir nicht gleich so big die ich habe seit über ein jahr schmerzen im rektis femoris black rollen triggern wärme auch eine kniestand es bringt alles nichts dieser ziehende schmerz kommt immer wieder was tun ja ich nehme mal an dass du in dem bereich ober also rectus femoris ist hier oberschenkel ich nehme mal ich gehe mal stark davon aus dass du da auch keinen großartigen trigger punkte hast meistens handelt es sich bei dem bei dieser stelle um einen geklemmten nerv den du ein bisschen weiter oben findest im bereich deiner leiste hier im bereich deines also hier ist hier ist dein beckenknochen so den gibt es links und rechts und hier ist ein tfl und hier hier geht so ein band durch die leiste da sind auch noch verschiedene muskeln drin und darunter läuft nerv lang das heißt da muss man gucken was mit deinem becken nicht stimmt was mit deiner hüfte nicht stimmt was mit deiner bauchmuskulatur nicht stimmt ja wenn du zum beispiel dich auf ein bein stellst schifte das becken total zu einer seite ist die ist die ist der gluteus medius zum beispiel nicht richtig angeschaltet um das becken zurückzuschieben ist die hüfte eben frei beweglich ja das sind so heiße sachen weil der das problem ist dann nicht deine oberschenkel vorderseite zumindest nicht wenn du jetzt auch in den letzten wochen immer die übungen gemacht hast wie zum beispiel in aufgebrochenen kniestand dann ist der hüftbeuger zum beispiel nicht mehr so das problem sondern deine hüftmuskulatur ja weiteren punkt wurde hingucken kannst ist dein deine beinrückseite ja dazu am besten mal für sowas für diese ganzen learnings wie man spannungsanker et cetera aufbaut eben ins medical fitness system schauen ja oder eben den haltungscoach in kombination mit den entsprechenden übungen nutzen es gibt eine playlist die heißt funktionelle übungen für anfänger und es gibt eine playlist die heißt funktionelle übungen für fortgeschritten und da gibt es verschiedene übungen die du testen kannst und ich habe auch ein video zum thema oder mehrere videos zum thema beckenschiefstand da am besten immer die suchfunktion auf meinem kanal nutzen beckenschiefstand dann kommen glaube ich zwei drei videos die ich so in den letzten jahren gemacht habe dazu wird übrigens auch bald eine abgedatete videoreihe eine große videoreihe folgen da bin ich gerade dabei die entsprechenden informationen zusammenzustellen für euch wird auch spannend also da könnte ich denke das wird nicht mehr jetzt im februar geschehen aber im märz werden wir diese reihe angehen da habe ich schon richtig bock drauf auch sehr sehr spannend deswegen gibt man ein video dem daumen video nach oben dem video und daumen nach oben weil zehn leute haben hier noch kein daumen nach oben gegeben so das ist das ist das ich hoffe damit kann ich dir helfen übrigens ihr tut mir immer einen fetten gefallen wenn ihr wisst über welche videos ich spreche postet die in den super chat so wie der frank das glaube ich gerade mit der gruppe gemacht hat sehr sehr cool so was haben wir noch pünktchen ist wieder am start hallo okay freut mich wolfgang welche übung ist gut speziell für den tva gut den tva aktivierst du willkürlich wolfgang indem du den bauchnabel rein ziehst das lernst du im haltungs coach du integrierst den tva danach in jede übung also egal was du machst wenn du ich sage immer so nicht welche übung ist gut für den tva sondern welche übung ist gut ohne tva nämlich fast keine oder gar keine ja und deswegen macht deine macht deinen plank macht deinen vierfüßler stand macht deinen seits stütz macht deine ausfallschritte deine kniebeugen hinterher die klappe übung die ich dir in der videoreihe in ein paar tagen zeigen werde macht diese übung alle mit angespannten tva ja das ist keine das ist voraussetzung tatsächlich für gute bewegung und eben um seine muskelketten und ich sag mal körpersegmente jetzt vereinfacht integrieren zu können das ist übrigens auch eine falsche denke vielleicht an der stelle für euch alle machen wir mal ein bisschen so meter ebene hier in dem live stream welche übung ist gut für ein muskel ist völlig falsch gedacht sondern bei welcher übung nutze ich welches bewegungsmuster ja oder wie kann ich es besser formulieren welches bewegungsmuster fehlt mir zu meiner bewegung ja das heißt ihr müsst viel mehr als auch einfacher für euch für uns für uns alle ihr müsst mehr in bewegungsmuster denken ja weil so ein muskel der hilft euch hinterher zu lokalisieren hier zum beispiel wenn ihr wenn ihr ein abstehendes schulterblatt habt ja was auch häufiger grund für schulter im witz mit ist ich euch sage legt das schulterblatt an dafür müsst ihr den seratus aktivieren ja dann heißt das einfach nur legt euer schulterblatt an und ihr wisst dass ihr es richtig macht wenn ihr den seratus spürt dann kommen die leute nämlich immer an welche übung ist gut für den seratus ne 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 falsch ist ihr kriegt den seratus nicht das ist ja euer problem so ja und klar da kann man mal hier und da irgendwie eine aktivierungsübung machen aber hinterher ist es ja wieder wichtig hier in dieser position beispielsweise den seratus anzusteuern ja und das ist so die das bewegungsmuster erschließt sozusagen den muskel ja und dann überschreibt man wieder seinen neurologischen ansteuerungsmuster ja das gleiche problem ist zum beispiel wenn man sagt okay ich habe rückenschmerzen ja ich treffe mein tva nicht gibt mir eine übung für den tva nee nee lass uns mal dein tva in zum beispiel im unterarmstütz oder vierfüßler stand integrieren na deswegen ich hoffe das ist so ein bisschen vom verständnis her klar also vergesst eigentlich in isolierten muskeln zu denken die geben euch nur ein hinweis ich habe gerade eine tür offen und die waschmaschine schleudert ich noch mal eben damit wir hier auch unsere ruhe haben sechs leute haben immer noch keinen daumen nach oben geben gibt mal bitte nach oben so ich hoffe das beantwortet deine frage wolfgang da sind pvp hi luke wollte mich einfach mal bedanken bei dir für deine videos habe das jumpers nie und konnte vor zwei jahren kaum laufen heute habe ich nur noch wenige schmerzen nachdem ich fußball gespielt habe ja danke für dieses gute feedback jumpers nie da habe ich mich tatsächlich zu meiner aktiven karriere als parcours läufer wissen viele leute glaube ich immer noch ich habe lange jahre parcours gemacht ich gucke mal gerade ob ich hier noch ein foto gerade finde oder ein video kann ich euch nachher mal reinstellen und da springt man halt auch viel und damit hatte ich habe ich mich auch monate jahrelang rumgequält bis ich dann halt ich sag mal diese formeln entwickelt habt die du bei mir in den videos siehst ja bleib einfach dran macht die übung weiter versuch aber auch jetzt nach dem versuch auch jetzt den restlichen körper zu zu erforschen weil dein knie auch deine oberschenkelmuskulatur die ist dann irgendwann nicht mehr der limitierende faktor sondern wie rotierst du zum beispiel in der brustwirbelsäule ja ist die aufrichtung in der brustwirbelsäule gut ist hast du zum beispiel tva spannung da kann ich dir auch wirklich nur empfehlen wenn du da noch mal den schritt weitergehen willst check das medical fitness system aus weil da gibt es keine übung gegen jumpers nie sondern übung um dein bewegungsapparat zu optimieren ja also sowieso möchte also dass das sowieso auch ein großes ziel von mir da irgendwie mal die denke langsam aber sicher hinzukriegen zumindest für die hardcore user hier von meinem kanal die immer fast jedes video gucken dass wir und ich glaube ein paar von euch haben es auch schon begriffen dass wir eben dahin kommen zu sagen okay ich mache jetzt gar keine übung gegen schmerzen sondern ich richte mein training nur noch darauf auf mein bewegungsapparat zu optimieren weil dann verschwinden dann gibt es sowieso gar keine probleme das heißt sowie gesunde ernährung dazu führt dass wir weniger krebs kriegen und am ende die chemotherapie nicht nicht brauchen ja weil viele leute hier auf dem kanal immer noch so irgendwie die die das die so immer noch nach der einen übung nach der chemotherapie nach der magischen pille um dann irgendwie ein problem zurückdrehen zu können ja und das meistens nicht in der art also bei manchen sachen ist es auch möglich aber sowieso ist die denke nicht besonders zielführend weil wenn man so anfängt zu denken dann kommt man eben nie dahin die ursache zu lösen und meistens bricht dann schon direkt die nächste baustelle auf anstatt sich wirklich zu sagen ah ich habe ein schulterproblem und ein rundrücken ich muss mir erst mal meine brustwirbelsäule mobilisieren und ich fokussiere mich erst mal nur darauf hier besser zu werden meinen rückenstrecker zu stabilisieren und ich mache mir da noch gar keine sorgen dass meine schulter jetzt noch nicht besser geworden ist weil das ist ja nur die voraussetzung jetzt kann ich besser trainieren jetzt kann ich mein schulterblatt ansteuern jetzt wird mein problem auch besser ja das zum beispiel so eine kausal kette die schon mal einige wochen monate des trainings erfordert ja weil man eben sich stück für stück verbessern muss ja und wenn man dann die schulter hat dann kann man schon wieder anfangen an seinem rückenstrecke rum zu arbeiten weil er doch noch nicht so ganz so gut ist wie man dachte ja so andere schulze moin luke andre moin sparkly creative fall luke seitdem ich meine brustwirbelsäule mobilisierer zieht und sticht es im brustmuskel nicht mittig eher am brustbein was kann man dagegen machen oder ist das normal weil vorne alles zu kurz ist normal weil alles zu kurz vorne was du machen kannst sind die mobilisierungen die ich ja in der rundrücken wie gesagt habe für den brustmuskel für den rectus abdominis ansonsten ist wichtig dass du den das richtige maß an pause und regeneration findest dafür auch mal hier vielleicht rein schauen habe ich aber ich erkläre es auch hier noch mal weil wichtig was viele leute immer noch nicht begreifen auch immer ein großes problem ist medical fitness oder allgemein training gegen schmerzen heißt pause machen auch ja also man setzt mit übungen ein impuls so wenn ich jetzt sage ich habe einen rundrücken und ich setze jetzt ein impuls und trainiere meine rückenschläger dann werden die hinten trainiert ja die haben muskelkater mikrotraum das tut weh am nächsten tag ja und hier vorne werden die muskel das gewebe auseinandergerissen ja auch das tut weh das fühlt sich dann so manchmal an wenn man einatmet dass man dann so eine blockade kriegt ja manche also bei manchen leuten ist extrem haben die denken dann manchmal sie haben irgendwie herzrhythmusstörung oder sogar ein herzinfarkt das sollte natürlich in der intensität bei normalen training nicht auftreten kann aber passieren ja und deswegen ist das normal ja wenn du dann schmerzen hast dann erstmal dann kannst du die mobilisation machen an dem tag die sind nicht so stressig für dein gewebe aber dann lässt du erstmal die aufrichtenden übungen zum beispiel weg und das gleiche gilt für alle möglichen anderen übungen auch leute ja ihr könnt nicht jeden tag eine übung machen weil dann macht ihr euren körper nur kaputt 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 ja und habt ihr irgendwann ja ihr wollt rom niederbrennen aber wir wollen in rom ja auch wieder neu aufbauen das geile ist das macht unser körper sogar noch völlig von alleine da müssen wir nur pennen und uns gut ernähren jetzt vereinfacht gesagt unsere stressfaktoren so ein bisschen runterfahren und dann läuft das läuft hat und die meisten leute sind dann so neurotisch trainieren 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 und dadurch macht man eben verkopfter weise sogar noch alles kaputt verschwendet zeit und energie ressourcen die man eigentlich so völlig gediegen halt auch auf autopilot abfahren könnte ja einfach weil der körper selber regeneriert einfach geht es doch nicht das ist eigentlich so die schöne seite aber die haben wir auch ein bisschen verlernt sagt der tamar ja zum beispiel häufig sympathikus anspannen arbeiten trainieren ja müssen auch entspannen das ist jetzt keine esoterisches umgelaber sondern bittere realität okay so wolfgang dieser jungen ist gut erst ja sehr gut danke dir pünktlich vom bad company habe ich auch irgendein equipment kannst du trotzdem für unseren arm füße zum beispiel drei best of übungen generieren ja das kann ich mal machen ich werde mal die drei punkt regel erläutern und ein paar faszien kohle herkommt natürlich mal auf 3 bis 3 bis ich wäre mich dagegen ja immer füße aber ich wette das video kriegt irgendwie das ist dann wieder so ein video wird viral geht ich rieche das schon manchmal hat er hat hat wieder 40.000 klicks und kleine klein ein bisschen aus der nährkästchen plauderei bevor die fragen weiter durchgehen ich hasse es manchmal welche videos von youtube geschnappt werden und natürlich auch irgendwo von euch geschnappt werden und dann geguckt werden ich habe zum beispiel diesen nacken nicht dehnen video das ist richtig ich stehe zu der aussage in dem video auch wenn da manche physiotherapeuten amok laufen drunter ist natürlich polarisierend aber das ist halt einfach so ein message auf so einem sehr oberflächlichen niveau ja die hilft euch ja jetzt mit nackenschmerzen schleudertrauma nicht noch den da haben sich 350.000 leute angesehen oder mittlerweile 400.000 leute und die restliche playlist wo ich dann erkläre so akuma das machst du jetzt wirklich um deinen nacken voll schmerz zu zu lösen habe glücklicherweise auch noch 20 30.000 leute geguckt aber das steht da manchmal in keinem verhältnis wo ich dann auch denke so ja okay da sind halt 300.000 quick fix leute und 50.000 leute noch nicht mal die wirklich ihre lösung haben wollten dann aber ja nur eine empfehlung von mir an euch guckt euch auch mal gerne immer ich habe zu den großen themen es geht blockade rückenschmerzen brustwirbelsäulen blockaden nackenverspannung schulter impingement habe ich playlist und die könnt ihr am besten erstmal einmal durcharbeiten wenn ihr darauf basierend fragen habt stehe ich euch immer sehr gerne zur verfügung weil die fragen kann ich auch extrem einfach beantworten und sind für euch extrem zielführend anstatt irgendwelche einsatz fragen zu stellen luke ich habe schulter impingement bitte hilf mir so das ist nicht zielführend genau so also mache ich drei bestauf übungen füßen capital sports baltchen klappe schwungkeule koordination und kraft sport gewicht stahl 2468 eben die nicht sondern die von von bad company bad company 5 kilo zweieinhalb und fünf kilo also die ungeraden zahlen bad company die die klappe jetzt nicht capital sports aber wie gesagt warte gerne bis zur videoreihe ich werde es dann noch mal genau erklären stefan fragt brenner schmerz in der zweiten zähl während und nach längerem gehen diagnose meter metata salgier aber etwas untypisch was kann ich da machen ja das ist eine sache du kannst zum beispiel für das akute symptomatische bekämpft kannst du eine fuß fast hier rollen da kannst du mal bei youtube oder bei google eingehen fuß fast hier ein smash ich weiß nicht ob ich dazu eine übung habe wahrscheinlich nicht dann nimmt man so einen kleinen golfball legt den auf den boden und geht dann mit dem fuß da drüber ja so dann weiterführen musste aber gucken okay diese fuß fasst hier die ist verbunden mit einer oberflächlichen der ton eigentlich okay ich mache heute ausnahmsweise mal mit meinem internen mikrofon deine fuß fasst hier dies verbunden mit einer oberflächlichen rückwärtigen linie und da muss dann gucken zum beispiel hier habe ich ja so ich hoffe das kann man sehen also was hier gezeigt wird hier das soll der das soll die fuß sohle sein also hier ist der fuß abgestellt da ist deine achilles ferse und hier ist diese fuß fasst du siehst die geht auch in deinen mittleren zäh rein so diese fuß fasst die kannst du halt selber bearbeiten mit einem golfball wie gesagt einfach golfball auf dem boden fuß sohle drauf und dann mit dem körpergewicht und her rollen wird extrem schmerzhaft sein aber woher kommt diese spannung ja also sowas so eine entzündliche veränderung ja metatarsalgie meinetwegen auch genannt ist immer hinweis dass da zu viel spannung im gewebe ist ja und wenn man dann diese diese spannung die kann aus der wade kommen guckst du mal als nächstes wie deine wade verspannt ist ja die kannst du auch smashen also den dann setzt sich auf den boden ball auf dem boden und dann den ball unter die wade dann wird es interessant da musst du gucken deine beinrückseite die hat meistens zu wenig spannung weil die wade so verkrampft weil die beinrückseite zu wenig spannung hat und dann geht das ganze hoch bis hier in deine rücken strecke das heißt symptomatisch kannst du mal mit dem golfball arbeiten ursachen orientiert guckst du dir diese kette an da hilft dir auch das medical fitness system bei das tatsächlich auch da bringe ich wie gesagt da gibt es keine übung gegen metatarsalgie sondern da gibt es übungen um diese kette hier richtig zu verspannen und die ursache für deinen deinen fuß problematik in den griff zu kriegen ja aber wie gesagt ich habe mir jetzt schon aufgeschrieben fest auf füße da machen wir mal metatarsalgie dran wie gesagt kenne ich mich jetzt muss ich gerade auch gestehen nicht komplett mit aus ja wie gesagt so eine pathologische degenerative veränderung da sind dann natürlich orthopäden gefragt aber als trainer kann ich dir sagen das ganze ding wird auch nicht vom himmel gefallen sein sondern auf schlechte bewegung und bewegungseinschränkung fehlhaltung der letzten jahrzehnte wahrscheinlich bei dir zurückzuführen sein und das was ich gerade genannt habe das kannst du selbstständig tun mit training also die ursache dann schon mal zurückschrauben weil davon wirst du nicht umfallen und meistens hat geht die entzündung dann auch nach ein paar wochen wieder gut zurück genau so und dein orthopäde wird ja wahrscheinlich auch noch irgendwas kortison oder so da reinjagen kannst du auch machen lassen um die jetzt nur rauszukriegen nur bitte nicht dann davon ausgehen dass das problem gelöst ist sondern dafür den weg gehen den ich gerade genannt habe genau dann machen wir das mal also ich bringe mal ein video wie man die füße so aufstellt dass diese ganzen probleme da nicht entstehen andre schreibt ich habe meinen jumpers nie gerade überwunden nun hat mir man mir eine kniescheibenfehlstellung diagnostiziert kannst du mir übungen empfehlen ausrufezeichen könnte nicht fragezeichen es gibt keine übungen gegen kniescheibenfehlstellung ja also eine kniescheibe die kann entweder nach links oder rechts aus also nach innen oder außen gezogen werden also nach links oder rechts nach oben oder unten beim jumpers nie wird die dann bei dir wahrscheinlich zu weit nach oben geschoben worden sein jetzt keine ahnung ist die fleck zu weit außen dann hast du zu viel spannung auf dem traktus da muss die oberschenkel außenseite iliotibial band lösen ja und die adduktoren stärken geht die kniescheibe zu weit nach innen sind die adduktoren wahrscheinlich zu stark und die oberschenkel außenseite zu schwach wobei weißt du orthopäden die diagnostizieren echt immer viel wenn der tag lang ist meine frage an dich hast du noch schmerzen im knie kannst du dich gut bewegen ja dann hast du auch kein problem so weil knochen sind relativ stark verstehen leute auch immer nicht man muss natürlich dahin gucken und wie gesagt wenn die wenn die kniescheibe irgendwie nach außen oder innen gezogen wird kannst du da übungen gegen machen aber wenn die kniescheibe irgendwie verformt ist oder so dann ist sie halt irgendwie verformt da machst du auch nichts gegen mit übungen gehen und wenn du halt schon gegen schmerzen erfolgreich jetzt vorgegangen ist dann würde ich den punkt auch erstmal jetzt ruhen lassen und mich eventuell auf andere probleme die du noch hast fokussieren ja so aber kann es ja gerne noch mal schreiben noch mal was ausführlicher in welche richtung die c zieht oder was das genau für eine fehlstellung ist der tori hat tori wollen du tobi vom parkour damals ja ich erinnere mich was ja auch vor zwei jahren ist auch schon wieder zwei jahre mal im studio oder drei jahre ist das jetzt auch schon wieder ja du hab mir fragen aber ich belaste es erst mal bei einer du sprichst immer von rückenschwecker trainieren für nach vorne gezogenen schultern macht soweit auch sinn und trainiere ich auch jedoch trotzdem kerzen gerade rücken sind schultern trotzdem nach vorne gefallen und leicht in rotiert den rückenschwecker krieg aktiviert ja dann guck auch mal die tage vorbei im schulter impingement in der schulter impingement video weil da werde ich erklären ja wie man also so eine nach in rotierte schulter kommt sie jetzt hier unten geht dieser diese schulterblattspitze raus meine schulter ist in rotiert und um die aktivierung hier seht ihr wieder schulterblatt jetzt von oben jetzt habe ich blockiert sagt ja jetzt kann ich auch hier mein oberarm knochen nach hinten rein stellen das hat hier nichts mit der rotation zu tun sondern nur mit der kippung des schulterblattes das nennt sich serratus aktivierung da kannst du tatsächlich genauso gegen trainieren wie bei einer wining scapula weil das eigentlich ein dass also ein dasselbe ist eine in rotierte schulter ist auch ein zeichen für ein deaktivierten serratus genau wie ein eine winging scapula wenn das schulterblatt so nach hinten ist ganz so nach hinten raus schaut ja ist fast das gleiche wie wenn die schulter nach dies nämlich in weit nach oben gekippt und nach vorne ja und du musst das schulterblatt wieder nach unten ran führen und das geht auch über den serratus dafür stellt auch das kann man sehr gut mit einer klappe machen aber auch mit einer kurzhantel stellt sich seitlich vor im spiegel und trainierst die ganze zeit die ansteuerung bis das klappt das kann manchmal einige trainingseinheiten dauern wenn es klappt da merkst du hier dass der serratus aktiviert ist und dann überträgst du das auf deine grundübungen ja und da kommen wir dann langsam an den punkt warum auch so klassische grundübungen wie jetzt liegestütze und klimzüge scheiße sind oder nicht so gut sind weil du den serratus da nicht besonders gut aktiviert kriegst und automatisch immer in so eine kompromisshaltung kommst aus und spannen gerade an achte auf meine haltung aber in weit ruinier ich auch einiges und da ist halt zum beispiel klappe training als oberkörper training sehr guter ausgleich beziehungsweise sehr guter ersatz ja sehr guter ausgleich für die die sagen ich möchte nicht auf klimzüge und liegestütz verzichten weil ich die muskulatur habe weil ich das auch trainiere weil ich kalistheniker bin und als ersatz für die leute die sagen ich habe es gecheckt so ich folge dir weil ich meinen körper wirklich nachhaltig trainieren möchte ich bin 40 50 ich habe jetzt keinen drang mehr ästhetisch hier arnold schwarzenegger nachzueifern sondern ich möchte gerne bis ich 100 bin schmerzfrei selbstständig mich bewegen können können dann klappe training so hey was tun bei sichtbaren rückenwirbeln und ursache da musst du noch mal genauer werden was meinst du denn mit sichtbaren rückenwirbeln also keine ahnung wenn du halt niedrigen körperfett anteil hast dann sieht man hinten die rückenwirbel ist okay wenn du hier das meinst hier diese wulst diesen geierhals wenn man hier oben so ein wirbel raus guckt dann die übungen machen gegen nackenschmerzen die sind nämlich auch automatisch dafür da deine halswirbelsäule aufzurichten marina du bist richtig kompetent und professionell danke könntest du auch mal bitte übungen für die füße zeigen zum schmerz nach langem aber ja ich mache was gegen füße ich habe es ja gerade jetzt schon dem fs dem frank schmidt glaube ich versprochen ich mache was für die füße und gegen mit hata salvi kriegt ihr kriegt ihr füße füße ich ja es verfolgt mich füße verfolgen mich ja ich werde es tun aber ich möchte dann auch gerne 30.000 aufrufe unter dem video haben nein quatsch übrigens hier haben noch drei minus drei leute haben nicht den daumen nach oben geklickt ne drei leute haben noch nicht den daumen nach oben aktiviert also wenn ihr hier gerade zuschaut und nicht den daumen nach oben geklickt habt ja dann kann ich daran absolut nichts ändern aber wäre übelst korrekt wenn ihr das tun würdet so die nalani verteilt erst mal danke für dein medical fitness system bitte ist echt super freut mich zu hören habe ich sehr viel arbeit reingesteckt zu meiner frage im linken arm fühlt es sich immer an als wenn ich dort keine kraft drin hätte bis zum handgelenk wo müsste ich ansetzen setz mal weiter im bereich der brustwirbelsäule an also du machst erst mal weil weil so eine kraftlosigkeit die den ganzen arm betrifft ist dann meistens auch ein neuromuskuläres problem die ganzen nerven für die arme die kommen aus der halswirbelsäule und der brustwirbelsäule bis das heißt guck mal dass die die vordere schulter hier die die brustwirbelsäule weiter öffnet das weiter erst mal noch ein paar wochen an der ansprache deiner halswirbelsäule und brustwirbelsäule arbeitest also das was im medical fitness system drin ist und dann müsste das auch besser werden und dann kannst du anfangen eben mit armübung und dazu guckst du auch mal die nächsten tage eben zur schulter impingement videoserie rein weil du hast keine schulterprobleme aber wenn man die schulter eben trainiert dann trainiert man auch die armen muskulatur ja wir werden das also klappe training auch wieder jetzt so ein bisschen in zeit wissen ich muss ja immer gucken wie ich das positioniere so ein schulter impingement ist eine sache die betrifft in der bundesrepublik deutschland bestimmt 500.000 menschen mittlerweile so da sind die leute sehr interessiert wenn dann wenn man dann eine abweichende problematik hat zum beispiel ein ellbogen gelenk problem tennis arm oder so dann ist das für die leute immer ein anderes problem wird aber teilweise durch übung genau gleich gelöst weil noch mal auch ihr ich muss an meiner arm dynamik arbeiten ja wie läuft läuft diese schlingen bewegung ab ja und auch das trainiert man eben mit der klappe weil ich gar nicht mehr da so da bin oder habe ich ein problem da habe ich ein problem da habe ich ein problem sondern ich bin da ach das ist die funktion meines armes ich muss rotieren kontralateral mit hilfe der brustwirbelsäule und meiner schulterblatt ansprache und wenn die bewegung wieder sitzt komme ich in dem moment auch dahin zu merken ach da habe ich verkürzt weil ich kann den armen nicht richtig heben da bin ich verkürzt und da habe ich eine einschränkung die mache ich weg jetzt läuft die bewegung geschmeidiger nach ein paar monaten kann ich auch völlig ohne mobilisieren die klappe schwingen zack rate mal wie viel noch von deinem problem übrig ist und deswegen guck da rein dass das wollte ich jetzt sagen long story short also erst mal weitermachen hier mit brustwirbelsäule halswirbelsäule weil höchstwahrscheinlich neuromuskuläres problem wenn das besser wird oder eben auf dauer jetzt nicht besser wird dann versuchst du das auch also masse zusätzlich die übung mit der klappe weil das hat hinterher auch im übertragseffekt weil du da auch nicht auskommst rum herumkommst die wirbelsäule gut zu nutzen aber lass dir erstmal noch zeit du bist auf einem guten weg mit den übungen aus medical fitness system und als ergänzung machen wir dann die schulter im pinch mit übung so wolfgang noch mal ich habe die orthopädische matratze 1800 euro ausgeschmissen habe jetzt eine harte und schlaf besser tipp von luca genial ja ganz mal sehen ja bin ich immer überrascht so ist es ist es traurig wie gut sich auch 2019 immer noch irgendwelche posture braces also hier sowieso haltungsgrade halter schuheinlagen spezial matratzen etc verkaufen wo die über wo die lösung teilweise nicht nur billig ist sondern auch einfacher und besser hat besser ist naja gut jeder zahlt sein lehrgeld 1800 euro bis hoffentlich nicht dran pleite gegangen wobei das schon bitter ist ja cool dass du den tipp gut fandest hallo du hab ein schief als der seit vier jahren ist schau immer nach rechts ist wie eine fertung gummizug ja ja da handelt es sich halt um eine skoliose also eine skoliotische veränderung der wirbelsäule ja müssen wir einen punkt finden also da auch gucken ja wie wie ist ist deine brustwirbelsäule ausgerichtet ja also ein schief als kommt korrigierst du nicht indem du dein dein hals irgendwie dann zur anderen seite neigst sondern da hat sich auch weiter unten in deinem körper eben was verändert brustwirbelsäule lendenwirbelsäule ja die ganzen sachen zu analysieren und zu korrigieren wird auch noch mal gegenstand hier auf dem kanal allerdings kann ich und werde ich dann nur so und so tief in die materie einsteigen weil es da definitiv auch techniken geben wird wo man sich damit kaputt machen kann und vorher muss man eben ganz genau wissen wo man ansetzt ja da gibt es im deutschsprachraum gibt es keine vernünftigen videos zum thema skoliose also ist auch überhaupt nicht böse gemeint weil das kann man auch einfach nicht so ist halt kein einfaches ding so nur lasst euch das gesagt sein also alle videos die ich zum thema skoliose gesehen habe und ich habe alle gesehen eigentlich sind schrott weil da werden nicht integrierte muskeln gesehen es findet kein vernünftiges assessment statt bzw wird euch nicht erklärt wie man die skoliose richtig analysiert und ja da wird eine videoreihe zu geben zur zur einfachen dreibogigen skoliose also eine einteilung nach schrot kann man da ganz gut gehen da werden wir uns dann differenzierter mit auseinandersetzen aber das wird noch dauern die videoreihe und ja das ist das also weiter würde ich erst mal gucken mit dem schiefhals du musst dich erst mal in der sagittalen eben ausrichten das heißt du kannst auch gar nicht irgendwie an der brustwirbelsäule rumarbeiten oder im schiefhals wenn du nicht weiß wie ein tva aktiviert wird wie du deinen rücken aufricht ist wie du deinen hals zumindest so weit es schmerzfrei geht aufrichtet guck dazu mal in den haltungskurz und fang damit den übungen an oft ist das tatsächlich auch so dass ich dadurch schon einiges selber regulieren kann wobei wirklich bei dem schiefhals schwieriges thema müssen muss ich an der stelle hier in punkt finden alle übungen auf eigene gefahr auch ivonne ivan 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 schreibt teilu ich habe immer extreme nackenschmerzen der trapezius im oberen bereich ist dauerhaft hart und extrem verspannt hast du einen tipp für mich ja ivan schau dir hast du die reihe zum thema nacken verspannung geguckt ja wenn nicht unbedingt gucken die playlist guck auf meinem kanal playlist und dann nacken verspannung ja oder auf meinem kanal nacken verspannung googeln sind mit abstand die meistgeklickten videos auf meinem kanal teilweise im deutschsprachigen raum weil da erkläre ich das auch hier rückenstrecke aktivieren halswirbelsäule aufrichten vordere kette lösen trapezmuskel selber lösen und dann die tiefe ventrale also die tiefe halsmuskulatur vorne aktivieren ja auch das läuft nur integriert ab ja wenn du wirklich da also wie gesagt haltungscoach plus nacken verspannung playlist ist die gar ist der gratis great das auch wirklich super gut wenn du sagst ich möchte auf nummer sicher gehen ich habe das taschengeld übrig schau hier im medical fitness system vorbei ja da leite ich dich in drei wochen von kopf bis fuß im wahrsten des volks durch deinen körper so dass du deinen nacken integriert ja auf deine haltung sozusagen aufsetzt weil wenn du hier ein problem hast du kannst nicht nur hier herum arbeiten und da irgendwie einen magischen triggerpunkt finden sondern du musst gucken auch hier ich wiederhole mich wie ist die aufrichtung der brustwirbelsäule wie läuft der rest von meinem körper wie ist die aktivierung meiner bauchmuskulatur mein kann ich mein becken kippen ist mein isg frei weil diese rückenstrecker ja die hier oben ja auch deinen hals betreffen guck mal die ziehen auch komplett runter das heißt du teilst hier dysfunktion die der kollege gerade mit dem entzündeten c hatte ja ein und dieselben dysfunktion können zu diesem nacken problem hier führen ja können nicht müssen aber ihr werdet auch viele gemeinsamkeiten haben die wir da in dem programm auf ausarbeiten sparkly vielleicht auch hier ganz kurz an die eifling zuschauer playlist zum thema nacken verspannung einmal ich mache selber verlinken weil dann sie sich kommen direkt aus dem floor ich komme sofort aus dem floor weil ich jetzt diese playlist hier so da sind vier videos drin pack ich dir in den zugeschäft so ist jetzt drin der link sparkly kreativ dank für deine antwort mach weiter so dann wirst du sehr hilfreich ich danke dir wolfgang habe drei monate gedehnt nichts geholfen jetzt sehe ich nicht mehr und mach lux übungen danke wolfgang richtigen setzten wie sagt man last für mich in den balken für mich super das mikro ist auch top oder in ordnung gut was bei patella problem machen weiter trainieren da solltest du erst mal gucken was die ursache wie gesagt playlist zum thema jumpers nie oder patella sehen spitzensyndrom jumpers nie heißt der begriff übrigens hilft das gegen knieschmerzen vorne ja für ein jumpers nie muss man genau wie bei einem läuferknie kein läufer sein um das läuferknie zu bekommen und bei einem jumpers nie kein springer sein um das zu bekommen die übungen machen auf regelmäßiger basis pause machen also zwei bis drei mal die woche die übung machen und den eigenen sport so weit es geht reduzieren dass damit die entzündung eine chance kriegt abzuheilen weil ich kenne das du bist ja wahrscheinlich sport sportler war ich damals auch übrigens alle sportlern daumen nach oben und man ist natürlich ehrgeizig man will weiterkommen man will sein trainingsstand nicht aufgeben aber vertraue mir wenn ich dir sage wenn du einmal eine entzündete patella hast eine chronisch entzündete patella und das was du jetzt wahrscheinlich an schmerzen hast das geht noch wesentlich höher ich hatte richtig fies entzündete patella sehen ich weiß wovon ich spreche da geht dann gar nichts mehr ja und dann ärgerst du dich so warum habe ich die trainingseinheiten da weiter durchgezogen obwohl ich an der ursache nicht gearbeitet habe ja weil am ende gehen dir dann nicht ein paar wochen oder ein paar monate progress flöten sondern jahre und auch da spreche ich wirklich aus leidvoller erfahrung so ich hätte wäre ich nicht verletzt gewesen und hätte ich mich logischerweise um meine basics kümmert damals als athlet wäre ich ein ganz anderes niveau erreicht weil die 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 sachen die dir also das witzige ist die sachen die du machen muss um deine patella sehen reizung zu auseinander also zu beseitigen die ermöglichen die auch als athlet hinterher aufs nächste level zu kommen ja und da hilft dir keine spritz oder kein shortcut sondern du musst wirklich konsequent gucken so welche folgt also welchen schlechten bewegungsmuster habe ich ja echt mein tipp fehlen dich selber wenn du basketball spielst film dich mal bei einer landung wenn du zum korb gehst und landest oder als fußballer wenn du gewisse lass dich einfach von der seite mal filmen und mach mal ein paar still friends wir werden sachen auffallen du denkst dir so das ding doch nicht ich so eine wurst da ich ich hänge darum in schluck wasser in der kurve weil dieser still frame halt in so einem einer stopp bewegung oder in der lande bewegung gemacht wurde ja du wirst sehen oder kollabieren dann plötzlich meine fußgewölbe und du hast dann direkt ein zwei drei dinge die du anfangen kannst zu korrigieren wurde auch richtig bock drauf hast dann weil du ja weiß dass sich das noch besser macht und da machst du erst mal um deinen knie kein problem kein sorgen mehr weil du halt weiß jo alter ich habe hier plattfuß ein rundrücken eine hüfte die zur seite schiebt gleichzeitig wenn ich den fall rück sie ja da mache oder wenn ich zum korb hier ja klar tut mein knie weh so das ist dann logisch ja genau so andré schreibt artrose vierten grad ist warte mal andré du warst der gleiche kollege mit der patella ja mit der kniescheiben fehlstellung ja jetzt hast du halt artrosen vierten grad ist also deshalb gelenkvorschleiß ja hast du schmerzen damit also wäre noch mal meine frage weil artrose vierten grad ist wie gesagt aber die dysfunktion also noch mal die dysfunktion die zum jumpers nie führt die führt halt auch zu dieser artrose deswegen wenn du jetzt im moment schmerzfrei bist eine übung machst dann machst du automatisch auch was gegen deine artrose oder kannst du nicht mehr man hat festgestellt ja ist die gute nachricht dass diese sehen sich stück für stück auch wieder nachbilden können wenn man eben die kompressionskräfte von dem gelenk wegnimmt und wie gesagt das hast du mit den übungen halt getan pünktchen guckst du eigentlich die videos von functional patterns aktiv ja habe ich eine ganze zeit lange gemacht siehst du ja auch bin ich immer sehr inspiriert durch die typen in letzter zeit habe ich jetzt nicht mehr so viel geguckt aber ja primäre ressource auch für meine videos auf jeden fall ich sehe mich da immer so ein bisschen als martin luther des functional trainings also wer das nicht weiß martin luther das evangelium von latein ins deutsch übersetzt wenn ich mich nicht ganz vertue können mich die theologen unter euch gerne korrigieren und ich versuche so ein bisschen was die jungs da machen auch für euch zu übersetzen weil das manchmal auf einem niveau ist wo ich auch denke boah muss das so muss das so kompliziert sein also muss das so extrem kompliziert erklärt werden manchmal ist die antwort ja aber dann checken es auch leider nur profis physiotherapeuten aufwärts und mir ist immer ganz wichtig gewesen so die sachen so einfach wie möglich auch zu zerhacken dass ihr die aufnehmen könnt und ja damit haben die jungs manchmal so ein bisschen problem vor allen dingen der know the angular der ich lese entständig irgendwelche post von ihm woher die leute zu leuten sagt dass er die dass sie den abziehen dass die sachen von dem clown ich sehe das nicht so also ich bin immer jemand so ich bin da immer sehr offen ja alles was ich hier produziere auf youtube ja kann man mir klauen ist halt so teile ich mit euch geht auch nicht immer nur mein eigenen mein eigenes fortune hier sondern geht halt darum dass wir als gesellschaft vorangehen ja dass wir ressourcen orientiert arbeiten dass wir uns gegenseitig auch helfen und ja wie gesagt da frage ich euch natürlich manchmal für also ich klar gibt es schaffe ich extra mehr wert in form von videoprogramm wo das dann alles natürlich auch noch besser aufbereitet ist und so damit ich auch mein geld verdiene und so und klappt ja auch also dass hier alles immer eine win win situation trotzdem wie gesagt deutlich bin einfacher typ lebe hier in der wg mit meinem besten freund ich fahr kein auto ja ich könnte mir jetzt in letzter zeit mal ein paar der neuesten equipment sachen so was kamera angeht aber eben auch für mein geschäft und wo war ich wo war ich wo wollte ich eigentlich darauf hinaus und darum geht es mir und das ist immer extrem wichtig für mich gewesen und ja es ist auch gar so wirklich leute wenn non also diese petition zum beispiel für wenn ihr mir mal ein gefallen tun wollt betrifft alle von uns an der stelle hört mal hin was diese entwicklung zum artikel 13 macht weil artikel 13 das ist eine neue urheberrechtsreform die einige sachen update die ihr bei youtube auch definitiv schief laufen dass irgendwelche leute filme und bilder die ganze zeit klauen und hochladen da gibt es das so eine reform da gibt es glaube ich 21 artikel 19 davon sind auch gut aber einer artikel artikel 13 und artikel 11 die besagen halt dass es demnächst technisch entweder upload filter geben wird bei youtube oder weil das technisch wahrscheinlich nicht umsetzbar sein wird könnte es sein dass halt youtube sagt okay wir sperren die kleinen kanäle wo ich auch zu gehöre und dann hab dann ist youtube und übrigens auch jedes andere soziale medium da draußen wie facebook instagram die sind nämlich alle davon betroffen ist dann fernsehen 2.0 das heißt dass im moment auch starke lobby arbeit die da stattfindet von den großen unternehmen selber ja auch google und youtube die haben da selber gar nicht so unfassbar viel gegen kann man den auch nicht vorwerfen weil die die werden einfach reagieren wer da was gegen hat sind die großen verwertungsgesellschaften wie gema die fernsehkanäle die mittlerweile am abkacken sind quotentechnisch zu recht ja weil wer will sich den dünnpfiff da auch wirklich ansehen und ja die stoppen die haben natürlich aber immer noch geld und macht und die versuchen jetzt natürlich das was hier jetzt gerade stattfindet zu unterdrücken nicht weil die irgendwas gegen medical fitness haben sondern weil die ihre zuschauer wieder zurück haben wollen und ja wenn ihr interessiert an politischen veränderungen seid da will ich hinschauen ist eines der wichtigsten themen der letzten jahre und also sehe ich auch definitiv vor tatsächlich sachen wie müssen wir weiter diesel oder benzin erfahren oder nicht umwelt ist mir ein wichtiges thema aber da werden halt immer so kleine lächerlichkeiten auf gebauscht und unten drunter tatsächlich nicht kein alu gut typ so ja aber unten drunter werden entscheidungen getroffen die eine dicke dicke tragweite haben die leider auf erster sicht nicht so einfach aussehen oder nicht so so bedeutend aussehen deswegen wollte ich nur mal sagen daumen hoch für die leute gegen artikel 13 so nalani super dank der bw auch so klappt gerade nicht so da zieht es am bauch gegen muss noch weil ja siehst du nalani da hast du erst mal an der bws hws weitermachen bis das klappt und wenn dann wirst du wahrscheinlich schon merken ist das ziehen im arm weg und wenn nicht dann sagt noch mal das was dir eben geantwortet habe so dankeschön ach ja noch was bekommt man einen steighals wieder weg laut seitlichen rücken ist meine abschultern zum kopf gerade solch laut sport hat seine leichte kümmern christ wahrscheinlich auch nicht weg also wie man jetzt steighals weg trainiert weiß ich nicht würde ich mich auch nicht darauf fokussieren ist genau das gleiche wie ein flach rücken hat man oder hat man nicht wichtig ist dass die spannungsmuster drumherum stimmen dass du guckst dass dein nacken nicht zu sehr verspannt sondern dass die ventrale halsmuskulatur hast wir haben heute auch im forum kannst du hinten den smash machen ja und ansonsten macht gar nicht zu sehr so krass viel an als wirbelsäule rum sondern kümmere dich auch um deine restliche biomechanik eine halswirbelsäule ja zur not muss einfach dein kopf erstmal nur gerade halten ja wenn du läufst wenn du rennst wenn du was schmeißt ja ein bisschen nach links und rechts gucken und da sind höchstwahrscheinlich auch noch ein paar andere sachen im argen warum sich deine halswirbelsäule im moment so abrackert karim spiele beim vfl bochum in der jugend pause geht nicht ganz so gut aber das schon seit sechs monaten muss bald wieder leistung bringen ja ich kenne das dilemma aber ich kann leider nicht nichts anderes sagen als das was ich dir gerade gesagt habe ja deswegen also guck immer ich schätze mal du bist ein junger typ ja 15 16 17 18 ein kleiner tipp von mir an dich so als mensch oft hast du ein also wenn man so jung ist wie du dann denkt man zeitliche distanzen die schätzt man ein bisschen anders ein ja weil die zeit für dich langsamer läuft und sechs monate schon mal eine scheiß lange zeit sein können ja und dann verpasst man zum beispiel auch eine saison oder zwei saisons ich würde das allerdings einfach in kauf also du musst halt gucken weißt du wenn morgen ein knieschmerz wechseln ist ja cool aber du musst da einfach weiter darauf reagieren weil sonst wird dein knie dir um die ohren fliegen und dann kannst du das mit dem fußball ganz knicken so ja und keine ahnung fußball ist ja dahingehend sogar ein relativ dankbarer sport im verhältnis zu anderen leistungssportarten dass man sogar noch länger da aber also keine ahnung mir fällt immer noch von damals irgendwie das beispiel von miros lafklose ein der mit 25 dann erst profi fußballer geworden ist oder so ja also guck dass du wirklich nachhaltig da arbeitest ja weil fußballtraum ist cool ja und ist ja auch nicht aus dem weg aber kaputtes knie ist uncool er und guck dass das dass du dein knie gesund hältst das wichtig so focus focus übung gegen rundrücken und holkreuz täglich machen mobilisieren triggern und aufbauen nein habe ich auch im teil der rundrücken aus reihe erklärt habe ich in einigen videos zum thema trainingsplanung erklärt wichtig ist dass du deinem körper regenerationszeit ist zwei bis dreimal die woche mit den entsprechenden pausen tagen dazwischen ja immer gucken weil du hast trainiert wie stark sind die rückenschmerzen am nächsten nach diesen nach dem training hast du mehr rückenschmerzen weil deine rückenstrecker trainiert wurden du hast vorne vielleicht dieses ziehen ja wenn das weg geht guck dass du da zwei drei tage pause macht und dann erst wieder rein trainierst damit dein körper auch genug zeit hat zu regenerieren deswegen auch ich glaube ich habe dir sogar eben die frage war also jemand hat da irgendwas zum rücken gefragt und habe ich dann beantwortet du kannst im stream glaube ich zurückspulen und wenn nicht dann kommt der stream in einigen stunden ja wieder online da kannst du jetzt dann ansehen da habe ich dann darauf geantwortet wichtig pausen alle leute in euch vielleicht haben einmal da oben gehen genau so also auch mal pausen einlegen ja pausen ist wichtig martina ich sehe dich zum ersten mal wollte gerne wissen was man bei riza riza artrose beiseites machen kann da bin ich gerade überfragt und mal ganz kurz achte es wird am daumengelenk ja habe ich habe ich leider gerade nichts für dich also daumen ist halt auch also der ist teil deiner armen linie und warum das jetzt auch ein schulterproblem sein kann et cetera werde ich vielleicht auch mal irgendwann erklären das sind leider so kleine nischen themen wo ich mich auch weiß ich habe immer nur ein gewisses gewissen fokusrahmen den ich setzen kann und ich muss ja auch mich mit dem zeug auskennen worüber ich was sage und ja diese diese daumen artrose ist hatte höre ich tatsächlich auch nicht zum ersten mal also ich kann den begriff jetzt noch nicht aber kann ich mir mal ansehen wird ein problem der armen linie sein weil dieser 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 daumen der liegt hier in den ganzen muskelketten des unterarms und der schulter drin und die laufen nicht richtig und deswegen überlastet der daumen und da muss ich halt gucken wie die zusammenhänge sind das weiß ich nicht und dann kann ich dir dazu auch mehr sagen deswegen tut mir leid muss ich an der stelle ganz klar auch mal so sagen habe ich jetzt keine expertise drin so christin heiluk ich habe nach langem sitzen klausurenphase des grüssen und nach sport wie jogger und tennisschmerzen über der kniescheibe auf der innen und seite des knies gibt es da tipps also du hast rundherum einmal knieschmerzen also sowohl innen als auch rückseite als auch außen ja da musst du gucken dass du deine luteal muskulatur wieder anspringt es gibt ein ein video das habe ich gemacht zusammen mit dem kunden peter an der stelle schöne grüße falls das video man siehst das heißt die drei besten gesund und schmerzfrei laufen die drei besten übungen kann das sein ist erst ein paar das habe ich glaube ich im dezember hochgeladen schau dir das mal an gleich wie man die hüftmuskulatur richtig aktiviert damit die hüfte wieder richtig läuft weil die hüfte die ist wenn die nicht stabil ist ja dann hast du so ein ausschlag also ich mache mal ein einfaches beispiel ist ja wenn deine hüfte nicht stabilisiert ist zum beispiel so läuft das liegt an der schwappen sozialmuskulatur hast du automatisch eine schlechte ansteuerung hier im kniegelenk ja dann rasten diese sehen da an der innenseite aus ja und das ist dann also gar nicht irgendwie ein knieproblem es sondern ich würde gucken ist deine hüfte stabil beim laufen weil das gerade in verbindung mit langen sitzen und der klausur phase hast du deine ist die hüftmuskulatur wahrscheinlich phasisch schlecht aktiviert da unbedingt mal hinschauen und die übung machen ich verlinke dir das video mal gerade ist wird wahrscheinlich da ein problem sehr sehr gut lösen können ansonsten auch für dich medica medica fitness system vorbeischauen und deinen körper darauf ganzheitlich wieder aus aufstellen weil da sprechen wir über diese kausal zusammenhänge die gerade auch zu knieschmerzen führen das ist wirklich ein guter tipp ich empfehle das medica fitness system auch immer nur leuten wo ich meine zu verstehen dass die probleme halt auch auf dieses programm passen und das bei dir auf jeden fall der fall so wolfgang danke danke dir wolfgang wolfgang überschüttet mich heute mit lob finde ich sehr gut vielleicht kannst du mal meinem zehnjährigen jungen lukas zu wegen man sieht auch zu schau dann noch im lukas wo haben wir nun ich kann ja stimmt ich könnte ich bin hier gerade am pc wolfgang ich weiß tatsächlich gerade gar nicht wie man wie man wind deswegen tut mir leid aber das kriegen wir schon schon hin so martina schreibt ich bin schon sechs sechs jahre habe als sekretär viel geschrieben und schmerzen nehmen zu ja auch für dich martina also genau guck mal also wie gesagt ich ich werde mal gucken in zukunft was zu dieser daumen problematik zu bringen aber ich will jetzt nicht wie fies oder selbstgerecht klingen wir müssen jetzt einfach mal sortieren wie schlimm ist dieses problem ja weil der daumen selbst wenn er abfällt ja der 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 hindert dich tatsächlich nicht daran wie mobil zu bleiben ist es blöd mit dem daumen ich weiß es schränkt auch den alltag ein aber wir müssen mal gucken was hast du noch für probleme weil durch dieses lange sitzen damals in deinem beruf wirst du halt diese klassischen dinge haben wie zum beispiel ein rund rücken ja wie nach vorne gezogen schulter da laufen übrigens auch diese ganzen armen linien lang von denen ich gesprochen habe habe die auch in irgendeiner form ein daumen betreffen ja so ist bei dir wahrscheinlich auch eine klassische überlastung ich meine wenn du halt die anschläge dann früher auch mit dem daumen gemacht hast und so wäre nicht zu nahe treten aber bei deinem alter vielleicht sogar noch auf der schreibmaschine ja ich trete bei sowas immer ins fettnäpfchen weil ich manchmal nicht die zeitlichen dimensionen kenne dann hast du das halt gemacht wichtig ist halt dass du deinem körper wieder die ressourcen gibt dass er sich wieder normal bewegt dass du dich mobilisierst ja dass du fit wirst und wie gesagt da kann ich dir auch empfehlen wirklich guck dir erstmal eine wirbelsäule an dass du an deinem rückenstrecke arbeit ist dass du guckst wie ist deine bauchmuskulatur trainiert weil dann wirst du auch wieder fitter wieder mobiler ja du kannst dich gut bewegen und dann ist so ein schmerzendes daumen so ein schmerzender daumen auch nicht so das hauptthema weil das kann ich dir auch schon mal so sagen aus erfahrung so eine entzündung da hast du manchmal einfach gute wirst gute zeiten gute schlecht und schlechte zeiten mit durchleben weil so eine entzündung wird auch wieder weggehen ja und manchmal kommt ja wieder das ist dann so ein prozess und da würde ich mich nicht mit training darauf fokussieren weil das ist noch ein guter tipp ja trainiert den daumen bloß nicht ja weil der ist jetzt schon überlastet ja und wenn du dann denkst du ich kann jetzt hier irgendwelche übungen mitmachen dann machst du das wahrscheinlich schlechter wirklich die lösung was du trainieren kannst ist alles andere nur nicht der daumen der ist ja schon über trainiert durch deine tätigkeit damals und er hat jetzt so viel abgekriegt ist jetzt immer so nur dass du das schon mal als konkreten tipp hast ja und wie gesagt tut mir leid dass ich dazu jetzt nicht mehr sagen kann aber niemals in der entzündung reintreten von da ist tai lu komme beim sitzensfeier bis dreimal am tag atembeschwerden und druck auf der brust linke schulter schmerzt auf welch deiner übel sollte da mal machen guck dir die ganze playlist zum thema rundrücken an wie gesagt rundrücken aka auch die 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 videos zum thema bws blockaden sind sehr große überschneidungen wie gesagt playlist verlinkt ich dir bws blockaden ach jetzt hat er mich hier wieder nicht die menüführung war nicht so gut wie gesagt ja guck mal zum thema bws blockaden und alles zum thema rundrücken ja ansonsten auch bws blockaden und diese ganzen atembeschwerden haben wir das haben wir direkt in woche zwei medical fitness system aufgearbeitet wie gesagt finde ich gerade nicht guck unter playlist bws blockaden rundrücken hast du riesig viele ressourcen auf meinem kanal da kannst du erst mal warm mit werden so peter schmidt kann ich empfehlen die übung nach peter hi alles fit danke luke es gibt so viele clips über rundrücken und ko aber du bist der einzige der ein auch mal die übungen zeit die die betroffenen auch machen können ja finde ich cool ja also das ist immer auch immer ganz wichtig also der kanal hier der geht eben nicht nur an top sportler aus sondern auch irgendwie an leute die normal sind weil es geht ja um die unterliegenden muster und was die leute immer nicht verstehen was auch voll viele trainer nicht drauf haben ist halt die übung zu skalieren das heißt ich bin vielleicht stärker als du in manchen übungen aber wir trainieren trotzdem die gleichen übungen nur du hast eine variation die einfacher ist und ich habe eine variation die stärker ist aber wir treffen trotzdem gleichen muster die gleichen muskeln wir machen trotzdem die gleichen bewegungs muster haltungs coaches für jeden relevant egal ob du jetzt gerade in der jugend beim vfl bochum spielt oder 30 jahre lang sekretär in 40 jahre lang sekretärin war es wir haben alle tatsächlich die gleiche genetische blaupause und müssen halt nur übungen in unserer schwierigkeit finden und das versuche ich auf meinem kanal so gut es geht halt immer da jeden auch mitzunehmen und und ist auch ein kern thema im medical fitness system weil da haben wir ein level basiertes system das heißt wir haben übungen für ein und gleich dieselben muskeln von einfach und die werden immer schwerer als schlussendlich ist für jeden auch wichtig dass ihr euch wieder von vom otto mit schmerzen schreibtisch städter zum athleten entwickelt ja jeder im rahmen seiner möglichkeiten aber wir haben alle das gleiche ziel schmerzfreie und gute saubere bewegung schulter leicht hin und her rotieren bei angewinkelten armen und von den landgelenken heilu kennst du gute kräftigung und mobilisierung für das handgelenk ja schau dir mal mein das ist das älteste video hier auf dem kanal das ist glaube ich sechs sieben jahre mittlerweile als tennis arm ellbogen tennis ellbogen golfe ellbogen so und die übungen die du damals weil die flexoren die extensoren und die flexoren des unterarms die kontrollieren auch dein handgelenk ja die setzen hier am ellbogen an eigentlich ist ein tennis ellbogen gar kein ellbogen problem sondern ein handgelenks problem funktionell gesehen das video kann ich dir empfehlen martina ich danke dir bitte frank kai lukai fragen tobi noch eine frage habe coxa walger beidseitig rechter fuß rotiert nach außen wenn ich liege problem kriegt bei jeglichen gluteus stretches den rechten gluteus nicht gestretchen weil es im gelenk blockiert ja dann blockiert seid auch im gelenk ich würde mich nicht so sehr um den gluteus stretch bemühen sondern um die gluteus aktivierung das wird nämlich viel viel mehr ein problem sein wenn da irgendwo was blockiert dann blockiert das weil entweder das gelenk zu ende ist oder weil dein nervensystem sagt das möchte ich nicht dass du das dehnst und das hat dann meistens auch einen triftigen grund und deswegen guck dass den gluteus in der kette aktiviert kriegst ja wenn du ein vorgebeugtes gut anmaß einen ausfallschritt maß wenn du in die körperstreckung gehst guck dass der gluteus feuert bei kettlebell swings etc viel wichtiger als da irgendwie rumzudehnen wolfgang fragen wir fragen warum schmerzen die schultern wenn ich mich an eine stange hänge keine klimzüge nur hängen sonst tun sie nicht weh ja weil du die da halt dehnst du musst dich auch mal fragen wenn du dich also erst mal es gibt drei typen an an akrom also an schulterdächern das hier schulterdach ist und diese knochen dies knochen dach vom schulterblatt ich bin typ drei ich habe 170 grad schulter flexion und da hilft bei mir übrigens auch keine mobilisation oder sonst was sondern ich bin einfach nicht dazu gemacht hier diesen winkel der wird niemals mehr werden als so deswegen hänge ich auch zum beispiel wenn ich früher einen handstand gemacht habe und ein klimmzug gemacht habe ich kenne die ganze übung ich habe die jahre lang trainiert ja ich konnte in ein armen klimmzug wissen viele leute nicht war auf atletisch war ich auf sehr hohem niveau ja dann da hast du da immer diese diese einschränkung sondern dann hängst du zum beispiel an der stange und dann zieht da was bei mir zieht hier dann was weil mein oberarmknochen ans akromion dran schlägt ja ist noch nicht mal schlimm ich kann stundenlang hängen ich habe sogar ziemlich starke schultern glücklicherweise aber total weh so ja und da muss man halt mal gucken ist das jetzt gerade einfach dehnungsschmerz oder ein halteschmerz weil klar du dehnt sich daher auch aus ich meine hängen ist jetzt noch nicht mal das aller schlechteste was mit deinen schultern machen kannst wenn es danach weh tut ja oder am nächsten tag in den schultern wehtut das ist ein problem wenn es während der übung wehtut ja weil du verkürzt bis schlecht trainiert ist wahrscheinlich weitermachen so schwer über das internet aber hast du da erfahren kann bei einer coxswalga die stellung so abnormal sein dass du von der rom im gelenk bluteos es hat nichts mit der range of motion zu tun teos maximus aktivierst du wenn du stehst wenn du stehst wenn du eine hüftschreckung ja es ist es ist also wenn du so machen kannst und so machen kann entschuldige wenn du so machen kannst und so machen kannst dann hast du genug range of motion um nein guck mal die hüfte die steht ja ich gehe zur seite also ich mache das fast mal kurz so auf ja und zwar weil ich jetzt da nicht zu differenziert darauf eingehen kann achtung vorsichtig rant rant jetzt ein paar und differenzierte aussagen werden jetzt getroffen die im kern allerdings stimmt dieses ganze verdammte scheiß rumgedehne was im internet propagiert wird ja beim yoga beim ich weiß es nicht weil es jetzt kommen jetzt kommen auch wieder irgendwelche trends aus amerika dies ganze mobility zeug und so das ist einfach ist es ist es ist schwachsinn ja wir müssen uns nicht darum kümmern unsere hüfte über 90 grad zu denen oder sowas ja da wenn ich das hier kann ja oder meine meine beine so weit auseinander kriege ja ich bin nicht vielgelenkiger hier fängt jetzt langsam an in der leiste bei mir zu ziehen damit habe ich kein problem ich habe damit kein problem das führt nicht zu schmerzen dass ich eine steife hüfte habe sondern die hüfte ist steif weil mein körper gewisse bewegungen schützen möchte ja und die da zum beispiel während ich stehe und mein becken haut die ganze zeit ab ich haue hier die ganze zeit so rein ja weil ich weil ich weil ich verlernt habe den gluteus zu aktivieren ja weil ich nicht mehr integriert laufen kann weil ich laufe ohne eine brustwirbelsäulen rotation zu haben ja das sind die großen probleme unserer zeit leute ich habe verlernt meine spannungsanker zu haben es ist scheißegal ob ich meinen fuß meinen unterschenkel auf dem auf den tisch legen kann und dann irgendwie ein 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 pitchen oder einen tauben stretch machen kann diese dinge sind im besten fall irrelevant die sind wirklich irrelevant ja wenn ich noch mal irgendeinen typen höre ich möchte muss piriformis stretch gegen meine ischialgie machen ja da krieg ich es ist es ist einfach far away vom vom was was und ich mache ich mache ja niemanden vorwurf aber was ich auch in den nächsten monaten und jahren hier auf dem kanal zeigen werde sind dinge wie man seine bewegung richtig analysiert wie man ein richtiges assessment für sich selber macht ja während man in gewissen funktionellen ketten und übungen ist damit man rauskriegt oh welche übungen funktionieren nicht welche nämlich welche übungen vorsehen welche muskeln aktivieren sich nicht ja und die antwort auf den schlecht aktivierten gluteus ist keine dehnung die 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 lösung die antwort auf den schlecht aktivierten gluteus ist zu gucken ja kann ich mein gelenk ansteuern ja ist mein bauchmuskel und meine rücken strecke in der kette aktiviert damit meine guten wirbelsäule beispielsweise eine konstante bildet damit man meine hüfte hier als hebel auch wirklich aktiviert wird ja und das hier diese streckung in der hüfte ja die man irgendwo vielleicht noch als dehnung auch durchgehen lassen kann das ist die primäre aufgabe meines gluteus keine abduktion keine ausrotation keine lehnung sondern eine integrierte kraft ansprache so sorry rent zu ende warum den scheiße ist du hast gesagt dass du nicht weißt wie man winkt das war eine anleitung da sollte ein witz sein aber das teilen mir hat gar nicht gestimmt ach so ach ach das mal ach so so winkt man ach jetzt verstehe ich das ja schulter leicht hin und her rotieren bei angewinkeltem arm ja funktion vom winken also proniert es erwartet jetzt winken naja abduktion außen rotation in der schulter und dann beugung und strecken im ellbogen gelenkt so würde ich jetzt gegen handgelenks bei mir proniert ich glaube das handgelenkt kann man gar nicht pronieren sondern die pronation die findet der mellbogen gelenkt statt aber keine ahnung kannst mich gerne berichtigen wieder definiert ist als physiotherapeut eventuell heilu kennst du gute kräfte und mobilisierung da war ich schon so genau dann waren wir da so sind addukte und gluteus medius ein spannungspaar und der ql das opfer ja die sind also die arbeiten zusammen und da kannst du halt gucken also wenn du jetzt auf ein bein stehst zum beispiel auch bei der landephase beim laufen das jetzt zum beispiel eine eine geschichte sein bewegungsapparat akkurat zu analysieren ja ich stehe auf ein bein was passiert wenn ich hier raushauen ja dann ist mein quadratus lumbos ach mein gluteus medius hier meine hüftmuskulatur die ist schwach mein adduktor der ist kurz arretiert ja ist ja ein bisschen zu tonisch ja was passiert ich muss das ganze korrigieren und mein quadratus lumborum an der stelle muss die arbeit übernehmen das heißt der ist das opfer der ist der spannungsträger und der ist der spannungstäter das heißt adduktor mobilisieren quadratus luteus medius äußere hüfte aktivieren trainieren quadratus lumborum in ruhe lassen der kommt dann wieder klar das ist dann zum beispiel eine akkurate sache um bewegung und fehlhaltung und schmerz zu adressieren das heißt den adduktor den mobilisiere ich auch nicht mit einer dehnung sondern mit einem trigger punkt smash ja ich gehe nicht her und den adduktor in dem ich dann in eine andere krampfhafte dehnung reingehe wo ich mich dann irgendwie verrennen muss sondern das ist das bewegungs muster stehen auf einem bein hier muss korrigiert werden das heißt hier mobilisiere ich mit meinem ellbogen ja im sitzen hier aktiviere ich und dann teste ich dieses muster zum beispiel in dem ich laufe ja oder eine einen ausfall schritt macht oder eine einbeinige übung es wird da nichts gedehnt so bisschen emotional jetzt weiß ich auch nicht warum dubstep und welche muskeln kontrollieren die seitliche handgelenks bewegung habe hierbei eine schwäche ja ja also kann ich dir gerade nicht sagen ich bin mit dem mit der unterarm muskulatur jetzt nicht so fit gerade jetzt die ganzen muskeln nennen könnte du meinst die bewegung ja es könnte auch was von der daumen linie sein aber da bin ich jetzt auch gerade nicht drin also mein tipp wäre einfach trainier es doch mal also wenn du merkst du bist schwach dann guck mal ist halt die frage bei welcher übung das auftritt ja kannst ja auch noch mal schreiben fokus hat man gehört dass man den hüftbäuer täglich den muss um den sitzen dagegen zu wirken aber wie soll das gehen wenn man auch pausen einlegen muss oder ist das ein mythos das ist ein mythos auch das ist ein ganz klarer mythos ich bin ja jemand der den hüftbeuger tatsächlich auch in der weise dehnt ja aber in weit ist es auch vielmehr eine integrierte spannung spannungsaufbau wird jetzt ein bisschen zu weit führen aber das ist ein mythos weil der hüftbeuger der ist ja zu tonisch einfach weil du lange sitzt wenn du deinem nervensystem vorher mit einer mobilisation beibringst ach lass wieder lang und dem dann auch noch ein paar mal vor deiner sportart zum beispiel laufen fußball spielen oder deinem krafttraining sagst ach ich brauche hier wieder die ganze range of motion eines hüftbeugers dann ist alles okay so dann das macht deswegen sage ich auch immer mobilisieren immer vor dem training weil da löst du die probleme ja du willst ja nicht mit in der schonhaltung losbewegen deswegen muss sicherlich nicht täglich dehnen nach der logik müsstest du ja bei acht stunden sitzen acht stunden trainieren das ist ja völliger völliger käse so tobi ja der schmerz kommt dann im gelenk glaubt nicht dass man dass das am nerven ist dachte ja der schmerz also ist jetzt wieder die rede vom gluteus kommt dann im gelenk glaubt nicht dass das am nervensystem liegt dachte halt bei stark ausmutierten fuß wäre gluteus medius performe mobilisierung und stretchen angesagt ist falsch beim aus rotierten fuß ist angesagt dass sind fuß wieder nach innen rotiers ja die kette schließt und dann hast du wahrscheinlich leichte x-bein problematik vielleicht eine überpronation des fußes außen rotierten fuß gibt es eigentlich aus funktioneller sicht gar nicht weil entweder also der fuß steht und dann schiebst das becken halt gerade darüber und dann guckst du was mit deiner hüfte und deinem knie nicht passiert meistens hast du dann eine überpronation im unterschenkel und eine übersubination im hüftgelenk ja das kann passieren guckte dazu mal die videos zum thema x bein an und zum thema plattfuß da habe ich das auch erklärt wie man eine kette schließt ja und den fuß den christ und nicht durch den übungen irgendwie wieder in die in die mitte rotiert keine ahnung wo du das her hast ist auf jeden fall sehr oldschool und sehr falsch alex jetzt hast du mich mit deinen worten und übungen tatsächlich noch überzeugen können super ja danke dir schön dass sie hier bist bezüglich dehnung ist der aufgebrochenen kniestand und die funktionelle hüftbeugen mit stadt nicht auch eine dehnung ja aber eben weißt du der der aufgebrochene kniestand der integriert ja dann deine hüfte oben das heißt da wird auch nicht in irgendwelchen wahnsinnigen bewegungsamplituden gedehnt wo irgendwelche gelenke dann zu ende sind ja also da ist das hüftgelenk dann in der hüftstreckung zu ende und bei der hüftbeuge und das tatsächlich auch eine anmerkung die ich im medical fitness system mal ergänzen muss bei 90 grad reicht ja die hüftbeuge ist eigentlich für mich eine übung die euch schulen soll wir die hüfte mit eurem becken bewegt und nicht um da ewig viel länge in die beinrückseite zu bringen hat sich jetzt einfach gezeigt waren learning konnte ich vorher nicht wissen haben sich viel zu viele leute auch viel zu lange aufgehalten anstatt dann wirklich zu sagen kommen ich habe das jetzt hier zwei drei trainingseinheiten gemacht klar der ein oder andere auch länger und jetzt gehe ich mal zur funktionellen kniebeuge über über die ist eigentlich viel viel wichtiger und da ist so gesehen keine lehnung bei sondern nur eine integration der einzelnen der einzelnen gelenke marina sexy gern noch mal t-shirt lüften ich glaube das ist nicht dein ernst ich bin im moment ziemlich specki frank vollkommen richtig antwort wollte ich meine warte und helfe sind immer noch steif du sagst denen bringt nichts was dann tun gucken warum der hamstring ja ja wie gesagt frank bei dir habe ich ja das leider auch schon öfter jetzt gesagt ich das ist eine sache da muss man mal bei dir eine laufanalyse reingehen und dann mal wirklich gucken was da am start ist so der frank ist jemand der ist jetzt schon seit anfang an im medical fitness system vorbei hat hier noch ein paar sehr hoch liegende thematiken die die ihn betreffen vor allem wenn er sich jetzt bewegt ja und optimierung auf höherem level sind ja kann ich kann ich dir jetzt auf die distanz nichts zu sagen also hätte ich noch ein paar habe ich aber auch gerade nicht also ich habe gerade auch nichts was ich jetzt hier raushauen kann tut mir leid weil das wird entweder viel zu weit führen und zweitens mir das jetzt auch ich kann jetzt gerade nicht das problem rendern weil ich müsste da jetzt ein paar muskeln ketten durchgehen habe ich jetzt gerade nicht die kapazität so tut mir leid felix ich habe morbus schlatter was kann ich tun prinzipiell kannst du morbus schlatter auch gucken dass du die spannung von deinem rectus femoris unter chris also deiner vorderen oberschenkelmuskulatur schau dir dazu mal die playlist zum thema jumpers nie an das ist das was du funktionell tun kannst morbus schlatter ist ja so ein bisschen ungeklärt wo das herkommt deswegen ich kann ja als trainer nur sagen wir einen anderen menschen auch versucht ein bisschen die ruhespannung vom vorderen oberschenkel zu kriegen ja deswegen google mal jumpers nie auf meinem youtube kanal so wir werden jetzt langsam auch mal das ende finden jetzt gehen die letzten fragen hier raus wie gesagt 19 minuten mache ich hier noch höchstens ja deswegen habt ihr jetzt noch mal letzte chance eure fragen zu stellen dem video ihren daumen nach oben zu geben und dann bin ich gleich auch ort noch mal zum handgelenk welche über mobilisation würdest du empfehlen wenn man viel an der tastatur schreibt habe oft verspannung im unterarm hängt wohl mit dem handgelenk zusammen ja schau dir mal eine playlist zum thema ach nicht das video was ich gerade gesagt habe dass sechs jahre als findest du auf meinem kanal wenn du tennis ellbogen eingibst ich glaube das ist bei youtube sogar immer noch nummer eins oder nummer zwei gerankt also tennis ellbogen und dann siehst du mich da den jungen look in so einem weißen t-shirt ja und da erkläre ich das ist ein ziemlich langes video aber da erkläre ich wirklich diese ganzen dehnungs flossing techniken ja wie gesagt selbst da muss ich heutzutage sagen ich dehne mein handgelenk auch gar nicht mehr ja ich bin weil man hat hinterher kann man durch die funktion dann die sachen lösen aber da würde ich dir einfach empfehlen auf grundmangelnde alternativen im moment guck dir das wieder an macht die übungen die werden dir helfen ach ach die werden immer die ganzen links die der frank gepostet hat werden zur überprüfung zurückgehalten so jetzt habe ich aber alle freigeschaltet ja gut haben wir das auch mal gelernt ja marina hallux valgus machen wir auch weil funktionelle ursachen sind ähnlich wenn ich die spannung aus dem oberschenkel kriege was soll ich machen damit das schon fast nicht zurück kommt ist eine sehr gute frage spannung in die oberschenkelrückseite reinbringen zum beispiel mit einer funktionellen hüftbeuge oder nach neben einer funktionellen kniebeuge und einem funktionellen ausfallschritt findest du youtube-videos auf meinem kanal funktioneller ausfallschritt funktionelle kniebeuge tutorial habe ich da gemacht genau frank das dachte ich mir schon habe das problem mit gut ist medis aktiven und addukter mobilisierung und die extra geschichte da sind ja auch ja macht da erst mal weiter weil das muss jetzt auch langsam erstmal alles lösen und dann kannst du noch mal gucken weil weil wenn man sonst wenn du zu viel an zu viele baustellen gleichzeitig rangeht dann interferiert das dann hast du keine konstante dann weißt du hinterher nicht welche übung jetzt geholfen hat und welche übungen die sache vielleicht sogar noch schlimmer gemacht hat so jetzt schreibt der alex noch wird gerne mal ein seminar mit dem besuch machst du sowas wenn ja wo oder kommt man sich eventuell mal für ein persönliches gespräch per telefon ja seminare jetzt demnächst auf jeden fall geben ich bin jetzt im moment so daran ich schaue mir gerade an welche also ich muss ein paar projekte im moment noch durchstaffeln sind im moment ein paar sachen die so im back end laufen ich werde jetzt auch auf facebook ein bisschen mehr machen und dann wird auf jeden fall so eine seminar reihe wird der nächste schritt werden und da entschuldigt kurzer konzentrationsabbruch da kannst du dich am besten also wenn du dich für den haltungscoach registriert hast wirst du da alle nötigen informationen zu kriegen weil auf meinem e mail newsletter allgemein gibt es am anfang immer mal ein paar werbe mails für entsprechende geschichten wenn du die noch nicht geholt hast aber danach ist sozusagen auf meiner verteiler liste und dann kommen auch nicht so viele e mails oder so kommen eigentlich gar keine mails dann kommen immer die ankündigung für projekte für neue produkte und für seminare als erstes für dich mal deswegen lohnt sich das da wahrscheinlich dich zu registrieren ich gucke mal gerade hier kannst du dich ich pack den link in die beschreibung einfach e mail adresse und dein vornamen da eingeben da kannst du dich dann also auch für die anderen haltungs coach schnell ist ein geiles programm kostloser video kurs könnte reinschauen land die auf meinem e mail verteiler lohnt sich denke ich ja so jetzt noch ein letztes mal ihren daumen nach oben weil jetzt gehen wir langsam in richtung finale meinst du das tennis ellbogen video mit 98.000 auf ja das meine ich von 2014 genau das meine ich das ist mein ältestes video das war tatsächlich damals ganz witzige geschichte eins der ersten videos die ich jemals gemacht habe die halt in diese richtung ging weil das hatte mich tatsächlich mal irgendjemand gefragt und ich wusste gar nicht dass das irgendwie ein thema ist für gewisse leute ich dachte das video machst du jetzt hier für ein paar kollegen so weil in der parkour szene auch immer viel geklettert wurde und da hat man halt diese überlastung schon mal sehr schnell und da habe ich dann diese dieses gold tennis ellbogen golfer ellbogen text da reingeballert und dann ein paar wochen später ist das ding halt schon auf über 20.000 aufrufe gegangen ja witziges witziges ding so ich meine ich kann es immer noch stehen lassen weil ich würde es heute nicht mehr so machen das video aber es ist nichts falsches deswegen lasse ich das gerne stehen und ja es zeigt auch so ein bisschen meine eigene entwicklung lustig wie man sich in den fünf jahren verändert hat halbes jahrzehnt in meine fresse das ist auch krass kommt mir vor wie gestern manchmal dieser ganze trip anders thema so da ist der pub auch ein extrem flach rücken in der lbs durch eine extrem verkürzung im hamstring ist das hierbei die beste übung die funktionelle hüftbeuge ja mit der einfinger regel das soll die lordose künstlich erzeugt na so hallo und macht nicht zu viel wir brauchen dich noch immer weiter 60 stunden die woche sind auf dauer ja in einem moment läuft ja deswegen ist auch ein grund also gut dass es man spricht ich hatte letztes jahr habe ich halt sehr sehr krass sehr sehr viel gearbeitet auf allen kanälen gefunkt als das ging und jetzt nehme ich mich gerade auch ein bisschen zurück mehr deswegen gibt es auch nicht so viele verfügbarkeiten für coachings bei mir echt im moment eigentlich nur meine stammkunden die vorher auch schon da waren und mache hier normal weiter meine youtube videos und ansonsten gibt es dann am wochenende auch mal einen tag frei oder jetzt über morgen geht auch mal karneval gefeiert so habe ich halt bock drauf und mache ich auch macht diese jetzt seit vier wochen wird allerdings nicht besser im sitzen ist eine neutrale lbs nicht möglich ohne dass der quadrat zum boom übersäuert doch ist möglich der übersäuert weil du dann wahrscheinlich du hast nicht genug spannung von vorne musste mal ausprobieren also erstmal ist im sitzen sowieso keine neutrale lbs möglich guck dir dazu das video an warum gerade sitzen schwachsinn ist das war jetzt das letzte video und erst vorletzte video was ich gebracht habe wichtig ist dass du wenn du sport machst und ich bewegst eine neutrale lbs hast und das dann nicht über den quadratus nur macht sondern auch über deinen tva hast du schon ein kostüm abgefahren ich hab so ein abgefahrenes kettenhemd das wiegt 15 kg könnte man auch gut drin trainieren tatsächlich war das echt geil und ergonomisch am körper liegt wird wahrscheinlich eine anstrengende nummer aber ich freue mich schon drauf ich gehe dann als kreuzrütter normalerweise ist karneval nicht mein ding aber mit dem kostüm brauche ich das nico ja ich habe immer verschwannter adduktoren durch das gehen vor allem in der nähe des knies und auch schmerzen in der knienseite hast du eine idee woher diese verspannung kommen könnte ja knieschmerzen in wir tatsächlich das wurde jetzt auch so oft nachgefragt es wird auch ein weiteres video werden weil ja das kommt ja von den adduktoren weil die verspannt sind und das wiederum kommt von einer schwachen bauchmuskulatur weil die auch muskulatur nicht stark genug ist und wo nicht gut genug in der brustwiebelsäule rotierst übernehmen die arbeit deine adduktoren das ist die funktionelle frontale die funktionelle vordere doch die funktionelle frontale kette kommt mit den namen manchmal durcheinander ich guck mal ich habe ich noch hier ach ich habe jetzt so auf ich habe die in den ganzen ich habe die oft jetzt in videos gezeigt also wie verbindet deine brust mit deinem internes externen und dem gegenüberliegenden adduktoren und die beiden oberen segmente arbeiten halt nicht richtig deswegen überspannen die adduktoren und deswegen sind sie verkrampft vor allen dingen beim laufen dann du musst deine brustwirbelsäule aktivieren ja und wieder in rotation bringen und deinen bauchmuskulatur trainieren vereinfacht gesagt video dazu folgt so gibt es anzeichen oder test wie ich sehen kann dass ich kein jumpers nie mehr habe ja indem du halt nach dem training keine schmerzen mehr hast deswegen also du musst wenn du jetzt gerade schmerzfrei bist musst du anfangen wieder langsam ins training rein zu gehen und dann immer auf den nächsten tag hören ja ist das problem wieder da das ist ja nicht direkt da sondern dann ist das so eine 1 sondern 2 und dann musst du halt gucken so wie lange du pause machst dann machst du wieder die übung dann machst du wieder eine trainingseinheit zum beispiel dass du vielleicht ein trainingseinheit fußball die woche hast und zwei jumpers nie trainingseinheiten und du kannst ja auch gemischte workouts machen das zum warm up deine übung gegen den jumpers die maß und dann ins training gehst ja und guckst dass du da deine bewegungsmuster auch korrigiert und dann guckst am nächsten tag okay wie wie entzündet ist jetzt das knie und wenn du merkst so okay ich komme mit einer 1 davon machen tag pause ist das komplett weg dann kannst du ja schon am tag darauf wieder trainieren machst du eigentlich irgendeinen team sport nee ich habe war nie der team player also nicht so gemeint aber team sportler war ich nie ich habe parcours gemacht leichtathletik kampfsport und im moment laufe ich halt mache funktional training und so gerne dort wobei dart also ich bin tatsächlich großer fern aber ist jetzt auch für mich immer noch also ist es schon irgendwo ein sport aber nicht so auf das hat jetzt körper fitness technische benefit wann gibt es eigentlich neue inhalte im mss unter kundentrainings gibt es ja erst ein video ja da werde ich auch gut dass mich mal daran erinnerst ich habe ja viel jetzt auf youtube auch gebracht weil ich habe dann immer so gedacht boah altert video ist immer so geil dann habe ich es immer hochgeladen weil ich denke dass leute aus dem mfs da trotzdem einige inhalte haben die trotz allem nur in dem kontext dann verstanden werden und so habt ihr halt immer einen vorteil aber es soll jetzt keine rechtfertigung sein ich werde da auf jeden fall auch noch das kommt so wie es wird auch ergänzt werden es wird dann es werden auch lektionen noch kommen zum thema beckenschiefstand und so das werde ich dann nur alles auch gucken dass das halt auch leute auch genug leute mitkriegen die dann daran auch interessiert sind und das immer alles ein bisschen arbeit musste ich noch ein bisschen gedulden aber wird kommen so ich würde sagen das reicht jetzt haben wir eine stunde und 52 minuten gesprochen ich bedanke mich fürs zuschauen ja nochmal zum schluss gibt dem video und daumen nach oben und ich danke euch ganz ganz herzlich fürs zuschauen ich hoffe ich konnte eure fragen so gut es geht beantworten haut rein und wir sehen uns im nächsten video